Leute, das wird mein letztes Video, ja, weil ich muss ja auch meine alle Videos löschen, ich bin noch elf Jahre, ja, ich muss nicht mein alles Video, tut mir leid, ich hab vergessen, ja, also ich mach das auf jeden Fall. Eines wollte ich noch sagen, tut mir leid, eines Tages vielleicht lande ich wirklich in den Jugendamt oder sowas, ihr habt recht, ihr habt recht, wegen das, hab ich Angst, nicht, dass ich eines Tages dort lande, da meine Familie irgendwo geht, ohne Grund, wegen das, hab ich dann kein Geld, kein Essen, nix. Scheiße, ich hab vergessen, wie dumm ich bin, ja, ich wollte noch etwas letztes machen, das letztes, aber ich dann lösche ich alles wieder, für immer, erst wenn ich wieder auch ziehen will, dann mach ich das, versprochen, tut mir leid, aber Schluss mit Rap, Schluss mit Rap, Schluss, halt, stopp, Schluss mit Rap, Schluss mit Rap, Schluss, ich zeig jetzt mal, war es gezielt. Das bin ich, Christian. Ja, ich möchte noch, ich möchte noch etwas, ich möchte noch etwas sagen, weil ich bin noch klein, Leute, vielleicht Lanschling, mein Jugendamt, im Knast, die anderen Leute dürfen nicht mein Gesicht sehen, tut mir leid, aber Schluss mit Rap, ich weiß ja, mag mich, meine Fans und so weiter, aber, Ich will auch weitermachen, aber es geht nicht. Nummer eins, meine Eltern haben das gesagt, Nummer zwei, zwei Leute haben mir gesagt, ich gehe mal Freitag Deutsch lernen, eine Stunde oder so, keine Ahnung, die haben mir auch gesagt, die haben mir gesagt, ich will das löschen, sonst lerne ich die Jugendamt, ohne Grund oder sowas. Nummer zwei, Nummer drei, was hat das auch gesagt, Nummer vier, mein Ding, Bruder hat das auch gesagt, Nummer fünf, ich sag das jetzt auch. Also, ihr seht mich zweites Mal, letztes Mal, Leute, bitte, warum ich das mache, weil, weil ihr habt mir nichts zu sagen, habt ihr mich verstanden? Ich mach das, okay, ich werde meine Account löschen, mein YouTube, da lasst du noch auf YouTube wieder, aber einmal noch, einmal noch, will ich etwas sagen, einmal noch, will ich noch ein Rap-Bettel machen, darf ich? Ja. Legen wir los, Eva, brat mis, legen wir los, bratas. Ja. Hol dir jetzt die Superkraft gegen Karies. Bra, fangen wir an. Etwas trauriges. Ja. Ich muss leider meine Account löschen. Tut mir leid, aber das muss ich machen. Jeder hat mir gesagt, weil ich bin oft zu klein, ah ja. Bitte bang mich nicht oder lös mich nicht, aber das muss ich meine Fans anfangen. Ich bin gerade auch so schön nach meinem Job. Ich will eine Rapper werden, aber wie? Ohne YouTube kann ich das nicht. Tut mir leid, mach ich das oder nicht. Bitte, ich muss das machen, lach mich nicht aus. Tut mir leid, ich mach das einfach, weil ich das will. Jeder hat mir gesagt, auch ich selbst. Teufel sagt ja, Gott sagt nein. Ja. Ich wünsche, dass er kommt. Lieber jetzt oder nie wieder aufjahr. Ja. Oder ich war mir im Jugendamt. Meine Eltern sind nass. Hab ich kein Brot zu essen. Ah ja. Ich mein das ernst. Guck mich gut an. Siehst du mich lachen? Nein. Ah ja. Ich bin wirklich traurig. Was soll ich machen? Tut mir leid, ich geh immer dort. Ja, mach ich das. Ich wünsch das alles wieder. Ja, Leute. Von mir heißt das jetzt genau. Ciao. Aber noch etwas wünsch ich euch zu sagen. Ich weiß, ihr werdet mich vermissen. Ich auch. Bitte vermisst euch alle so sehr. Ich hab mit mir immer gechillt, gerappt, aber leider jetzt nicht mehr. Ich bin so traurig, ja. Und irgendwann wieder kommt das Jahr. Bitte. Leute, bitte. Bitte, bitte, Leute. Ich will das nicht mehr machen. Ich will das nicht. Okay. Ich will nicht den Jugendamt angehen. Ich bin noch zu klein. Ich hab auch Angst, den Jugendamt angehen, okay? Deswegen. Ich werde jetzt meine Konten löschen. Aber zuerst möchte ich noch etwas sagen. Ich hab noch eine Figur. Ich meine, das ist kein Quatsch. Kein Quatsch. Ich lösche das jetzt. Sieh mich zum ersten Mal. Leute. Eins. Zwei. Drei. Tut mir leid.